alle leute wir sagen hier und willkommen zu einem neuen division 2 video wie ich ja schon vermutet hatte launch die neue season nächste woche dienstag den 29 oktober jetzt hat television game einen live stream angekündigt für den 28 also für kommenden montag und ja da werden wir denke ich alles noch mal alles noch mal erfahren was genau drin ist wir werden die natürlich auseinander nehmen und schauen was wirklich besprochen wird und welche änderungen eventuell zur pts phase 2 noch hinzugekommen sind und ja dann würde ich sagen und sehen uns dann und natürlich am dienstag ich werde das ganze auch auf twitch streamen ich hoffe je nachdem wie die server da sind und wird es ein geteilter stream werden weil ich mit das noch mal noch mal kurz arbeiten muss aber danach bin ich dann vollends da bis bis abends in die puppen und dann werden wir das ganze auseinandernehmen bin echt gespannt schreibt in die kommentare was ihr darüber denkt euch freut auf die neue season und ich würde sagen wir sehen uns im nächsten video macht's gut so